Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janice Höber-Filz von Rhythm One. Ich freue mich, euch unser neues Buch Klassik Body Hits für Kids vorstellen zu dürfen. Ihr findet darin abwechslungsreiche Body Percussion Begleitungen, coole Choreografien und effektvolle Kanons für Sechs- bis Zwölfjährige. Das ist Mozart, das klingt toll. Laute Töne, leise Töne. Die Klassik Body Hits verbinden Rhythmisches Sprechen und Body Percussion mit großartigen Melodien von Mozart, Haydn, Beethoven, Bach, Pachelbel, Tchaikovsky, Strauss, Offenbach und Brams. Boom, back, snap, right. Boom, down, snap, right. Boom, back, snap, back. Boom, down, snap, right. Auf 120 Seiten findet ihr die Notate in unserer bewährten Symbolnotation, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und wertvolle Tipps zur Erarbeitung. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch 43 Videoclips und 34 Klavierplaybacks zum Download. Zu jedem Klassik Body Hits gibt es mehrere Versionen, die sich hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades voneinander unterscheiden. Immer mit dabei ist ein einfaches Sitzkreisspiel und eine effektvolle Aufführungsversion. Zu manchen Stücken gibt es sogar ein Klatschspiel für mitreißende Rhythmusstunden. Richard Filz und ich, wir wünschen euch und euren Kindern viel Spaß beim Entdecken der Klassik Body Hits, mitreißende Unterrichtsstunden und erfolgreiche Aufführungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020